Bicycle, 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 Bicycle Bicycle, Bicycle I want to ride my bicycle Moin Jungs, da bin ich wieder euer Zeddy und in diesem Video möchte ich euch zeigen wie ihr bunte BMX Fahrräder bekommt, im zweiten Teil des Videos möchte ich euch zeigen wie ihr die BMX Fahrräder oder andere Fahrräder auf dem Autostellplatz bekommt und im dritten und letzten Teil des Videos möchte ich euch zeigen wie ihr den Lifeguard Blazer vom Strand in der Garage auch versichern könnt. Und bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich mich nochmal bei Frapsnake und World Finest Gamer bedanken für die ganze Unterstützung der letzten Tage und die haben unseren Glitch ja nochmal so richtig krass vergewaltigt und haben so viel krass neue Sachen rausgefunden und haben uns da halt auch teilhaben lassen. Die hätten auch genauso gut zu uns in die Party gehen können und uns eine Stunde lang nur anstrengen und beleidigen können wie ein anderer YouTuber das gemacht hat, aber ne die sind anders, die sind wirklich korrekt und deswegen schaut bei denen auf jeden Fall vorbei wenn ihr keinen krassen Glitch mehr verpassen wollt. Die haben auch Gift Card to Friends rausgefunden. Auf jeden Fall korrekte Leute und auf jeden Fall abchecken. So und ich fange jetzt mal mit dem Video an, genug gelabert. So jetzt fangen wir als erstes mal an die Fahrräder bunt zu lackieren. Dazu müsst ihr einfach nur in euer Handy euch ein Fahrrad bestellen. Dazu geht ihr auf Reisen und Transport, geht runter auf Pedal and Metal und wählt euch mal das BMX aus. So, dann seht ihr hier diesen Bildschirm, da noch nicht bestellen und ihr müsst euch jetzt da oben den Link merken, also der heißt am Ende dann Bike Details 3. Dann geht ihr hier wieder auf den Homebutton und geht dann auf Legendary Motorsports. Der Glitch gab es zwar früher schon, nur der wurde jetzt gepatcht und deswegen gibt es jetzt eine neue Methode und zwar mit den gepanzerten Fahrzeugen. Dann sucht ihr euch irgendein gepanzertes Fahrzeug aus, das jetzt in den letzten Updates mal kamen, bei Allerang Criminals und also da gibt es ja jetzt die vier Fahrzeuge oder fünf sogar, der Enos, ich glaube auch noch dabei und dann seht ihr ja hier die Farben und dann geht ihr auf gepanzert. So und die Farben, die ihr jetzt aber angezeigt bekommen, entsprechen nicht wirklich den BMX-Farben. Wenn ihr aber zum Beispiel rosa oder grün oder sowas haben wollt, dann geht auf irgendein anderes Fahrzeug, das nicht gepanzert ist und merkt euch an welcher Stelle diese Farbe ist. Also wenn jetzt zum Beispiel rosa links oben ist, dann müsst ihr auch bei den gepanzerten Fahrzeugen die Farbe links oben auswählen, um auch rosa zu bekommen, egal was für eine Farbe dort angezeigt wird. Nur so als kleine Info, dass ihr euch da nicht rumprobieren müsst. Und wenn ihr das gemacht habt, dann klickt ihr die Farbe an, die ihr haben wollt und geht dann über den Browserverlauf oben wieder zurück zu Bike Details 3. Dann kommt ihr wieder auf das BMX und dann tut ihr es bestellen. Und dann müsst ihr einfach nur kurz warten, bis es dann geliefert wurde und wie ihr dann seht, tadaaa, das BMX ist gelb. Super, ne? Das war es auf jeden Fall mal mit dem Glitch und wir machen gleich weiter mit dem zweiten Teil. So, im zweiten Teil des Videos zeige ich euch, wie ihr ein BMX oder ein anderes Fahrrad auf sein Fahrzeugstellplatz bekommt. Ist eigentlich ganz cool, weil ihr könnt das Fahrrad dann per Mechaniker euch jederzeit liefern lassen und es ist auch versichert. Könnt ihr auch dann bei Morse wieder bestellen, falls es mal kaputt geht. Um das Ganze aber jetzt nun machen zu müssen, müsst ihr in dem Buggy Modus sein. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann schaut nochmal das Video an, wo ich gestern hochgeladen habe von dem Money Glitch. Ich haue den Link auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr es dann euch auch nochmal in aller Ruhe und gut erklärt anschauen. Wenn ihr das dann soweit habt, dann ist es eigentlich super einfach, was ihr jetzt machen müsst. Und zwar müsst ihr, wenn ihr dann in dem Buggy Modus seid, einfach mal zu eurem Fahrradsteller hingehen, wie ihr das auch im Hintergrund seht. Steigt dann einfach auf irgendein BMX drauf, wie ihr es ganz normal auch sonst auch immer macht. Fährt dieses BMX aus eurer Garage raus, bisschen weiter weg von der Garage, damit es nicht wieder spawnt, wenn ihr mit dem anderen Fahrzeug rausfährt. Dazu empfiehlt sich das Ganze nicht mit dem T20 zu machen, wie ich das jetzt gerade mache, sondern kauft euch einen Karin Rostigen Rebell, da habt ihr auch die Versicherung drauf und fährt dann den Karin Rostigen Rebell nach draußen. In dem Fall mache ich es ja mit dem T20, dann steigt ihr ganz normal aus dem versicherten Fahrzeug aus, steigt wieder auf euer BMX und fährt es ganz normal in die Garage wieder rein. Und wie ihr seht, steht das Fahrrad nun dort, wo ursprünglich der Karin Rostige Rebell hätte sein sollen. Und schon habt ihr das Fahrrad auf einem Fahrzeugstellplatz. Könnt es jetzt anhand von einem Mechaniker jederzeit anfordern, euch liefern lassen. Hat sogar Morse Versicherungsschutz, das heißt, falls es euch jemand zerstört, könnt ihr es jederzeit wieder reparieren lassen für komplette, ganze 10 Dollar. Ja, soweit war es auf jeden Fall jetzt mit dem Teil von dem Video und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr den Lifeguard Blazer in eurer Garage versichern könnt. So, nun im dritten und im letzten Teil des Videos angekommen, zeige ich euch, wie ihr den Lifeguard Blazer in eurer Garage bekommt und auch versichern könnt. Ich habe ihn ja bereits schon in der Garage und wie ihr seht, ist er nicht versichert. Ich zeige euch gerade mal auf der Karte, wo er sich befindet, wie er ihn in die Garage bekommt und zwar hier unten am Strand. Dann müsst ihr einfach tagsüber mit irgendeinem anderen Blazer hinfahren. Theoretisch spawnt auch hier mal einen, den könnt ihr auch verwenden und am Strand hin und her fahren, bis ein Lifeguard Blazer irgendwo spawnt. Und den müsst ihr einfach nur in die Garage stellen. Dann müsst ihr einfach nur auf den Blazer aufsteigen und ihn aus der Garage rausfahren. So, wie ich es gerade eben auch mit dem BMX gezeigt habe. Eigentlich die gleiche Methode, nur ich wollte es euch nochmal zeigen, damit ihr seht, dass es auch wirklich klappt. Danach steigt ihr von dem Fahrzeug ab, geht zurück in die Garage und steigt am besten in einen Karin-Rostigen-Rebell, den ihr euch davor bestellt habt. Ich mache es jetzt mit dem T20, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ach Schatz! Egal, die kriegt dafür nachher eine. Auf jeden Fall, ihr fährt dann mit dem Karin-Rostigen-Rebell quasi nach draußen und steigt dann wieder auf euren Lifeblazer auf. Und den fährt ihr dann ganz normal wieder in die Garage und schon habt ihr ihn versichert. Eigentlich super einfach, kann man eigentlich nichts falsch machen. Und wie ihr seht, habe ich jetzt zwei Blazer bei mir in der Garage. Der eine ist versichert, der obere ist versichert und der untere ist nicht versichert. Und dann könnt ihr eigentlich den quasi nicht versicherten irgendwie durch ein anderes Auto wieder ersetzen. Und wie ihr jetzt auch im Hintergrund seht, habe ich den geilen Lowrider vom Fraps bekommen und auch dieser Lowrider ist auf jeden Fall Fraps sichert. Jungs, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Abonniert mich doch einfach mal. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann wäre es höchste Zeit, sage ich mal. Schaut beim Lowrider Nummer 1 vorbei und GlitchTV. Denn wir drei waren die Fauna von dem Glitch mit dem Fahrrad auf Auto-Stellplatz und dem Lifeblazer mehr oder weniger. Das war, glaube ich, der Lowrider dann. Und das mit dem farbigen Fahrrad, da habe ich den Fauna, wenn ich ihn richtig finde. Ich hoffe, ich mache da keinen falschen rein. Kommt unten in der Videobeschreibung, könnt ihr auch da auf jeden Fall vorbeichecken. Schaut bei den anderen vorbei, die am Stizzle sind. Und zwar bei Snake, Fraps und World Funnest Gamer. Auch die habe ich unten in der Videobeschreibung verlegt. Also Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao.